Der erste FC Afrisco ist für dich? Eine Herzenssache. Gestandene Spieler oder neue Talente? Eher neue Talente. Der beste Verein der Welt ist? Ganz klar Afrisco. Training oder Party? Training. Im Spiel zählt? Der Respekt und der Umgang miteinander. Mein Ziel ist es? Talente zu fördern. Nächster Fußball-Weltmeister wird? Ganz klar Deutschland. Womit fliegt ein Yordonga auf jeden Fall in den Urlaub? Mit einem Fußball und türkische Airlines. Ein Stimmer braucht auf jeden Fall? Torinstein. Keine Titel ohne? Fleisch.